Heute wir trainieren Karate hier im Haus. Hier im Wohnzimmer? Hi. Bereit? Klar. Heute Miyagi dir zeigen neuen Kata. Okay? Zuerst gehen mit linkem Fuß, Fauststoß rechts. Okay. Dann, Julie-San, folgen. Okay. Seitlich ausweichen, Fauststoß. Und Schlag. Seitlich ausweichen, Füße zusammen. Und jetzt, Miyagi vorwärts, du kontern. Los. Füße zusammen. Noch einmal. So richtig? Ja. Kontern. Okay. Füße zusammen. Sekunde bitte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ich kann wirklich tanzen, das gibt's ja gar nicht. Woher können Sie das? Miyagi erfinden neuen Kata, heißen Karate-Walzer. Vor langer Zeit Julie-Sans Großpapa zeigten. War im Zweiten Weltkrieg, Frankreich. Er sagen, Miyagi, du können tanzen. Du kämpfen können, du können tanzen. Du haben gute Fußarbeit. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, was ich anziehen soll. Oh ja, Miyagi, etwas ganz vergessen. Du hier üben weiter. Miyagi, komm wieder. Hi, Julie-San. Geschenk noch zum Geburtstag von Miyagi. Oh. Mr. Miyagi. Das ist wunderschön. Miyagi wollen, dass du gehen, tanzen. Woher wussten Sie meine Größe? Das war eine besonders schwierige Frage. Es ist jammerschade, dass Sie keine Tochter haben, Mr. Miyagi. Sie wären ein toller Vater geworden. Danke. Moment mal, okay? Als erneuer Vater darf ich bitten um diesen Tanz. Eins, zwei, drei. Also, du, Eric, anrufen und ihm sagen, wir gehen tanzen. Was meinen Sie mit mir? Miyagi fahren Auto. Mr. Miyagi, ich fürchte, Sie wissen nicht so ganz genau, wie das läuft. Okay, dann Mr. Miyagi bleiben zu Hause. Warten wir ängstlicher Vater. Okay. Eins. Eins, zwei, drei, 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 drei Untertitelung des ZDF, 2020